Übung Hip Airplane. Standfläche mit dem Fuß unterhalb der Hüfte. Knie des Standbeins leicht gebeugt. Aufgedrehte Position für 5 Sekunden halten. Dabei zeigt der Scheibenwerfer des Knies im Standbein immer leicht über die kleinen Zehen nach außen. Kurz eine Sekunde in der Innenrotation halten bis Gelenkanschlag und wieder für 5 Sekunden aufdrehen zur Dehnung der Oberschenkelinnenseite. Adduktoren Erweiterung der Beweglichkeit der Hüfte.